So dann, wenn du deinen Fokus halten möchtest, gibt es noch andere Sachen, die dich ablenken. Das Problem dabei ist allerdings oft, es ist einem gar nicht bewusst. Man merkt es gar nicht. Man denkt sich am Ende des Tages, Mist, wo ist denn meine Zeit geblieben? Und hierfür gibt es eine ganz tolle Sache, das ist ein sogenanntes Zeitlogbuch. Ich habe dir unten das verlinkt, dort kannst du es dir als PDF downloaden. Dort machst du einfach eine Sache. Für eine Woche machst du folgendes. Alle 15 Minuten schreibst du auf, was du in diesen 15 Minuten tatsächlich getan hast. Nicht bewerten, sondern einfach alle 15 Minuten aufschreiben. Stell dir dafür vielleicht so eine Art Mini-Wecker in deinem Smartphone. Das ist die einzige Notification, die dann für eine Woche ich zulassen würde. So und dieses Zeitlogbuch wird einfach eine Woche geführt, von morgens bis abends, alle 15 Minuten und am Ende der Woche wertest du das aus. So und auswerten tust du es folgendermaßen, du suchst dir dann zwei Marker, einen grünen, einen roten und einen orangenen. Mit dem grünen markierst du all das, was produktiv war und was du dir vorgenommen hattest. Mit dem roten markierst du dir alle Zeitfresser und mit dem orangenen, wo man sagt, naja, habe ich mir vielleicht so nicht vorgenommen, muss aber sein, wie zum Beispiel Kundensupport oder was auch immer. So und dann wertest du das ganze Zeitlogbuch aus und überlegst dir Regeln, sodass du besser deine Zeit investierst. Das heißt, die grünen Teile müssen einfach mehr werden. Wie kannst du die vermehren und wie kannst du die roten abwehren? Das kann teilweise sein, dass du dich von Leuten trennen musst, das kann sein, dass du dein Handy ausmachen musst, das kann sein, dass du den Arbeitsplatz wechseln musst, mich Arbeitsplatz wechseln, dass du jetzt woanders hingehst zu einem anderen Arbeitgeber, aber dass du zum Beispiel sagst, nee, bei gewissen Arbeiten verziehe ich mich einfach in einen Kaffee oder was auch immer. Du wertest es aus und überlegst dir folgende Frage, was wäre die schlauste Regel oder die schlauste Umorganisation, sodass ich mehr grüne Bereiche habe und die roten los werde.